Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Borussia Mönchengladbach-Karriere. Heute geht es weiter mit der Partie gegen Hoffenheim. Zuletzt konnten wir gegen Köln leider Gottes nicht gewinnen, aber heute muss es zu Hause einfach wieder klappen. Und zwar gegen die Hoffenheimer, ansonsten wird es mit der Champions League auf jeden Fall eng. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Videobeschreibungen sind Links zu IGVOL, 6% Rabatt mit dem Code Max Gaming TV dazu, zu meinen Social Media Links und natürlich auch zu meinem Merchandise, das ihr auf jeden Fall mal auschecken solltet, wenn ihr mich weiter unterstützen und feiern möchtet. So, mittlerweile ist Traoré nicht mehr Top-Tor-Schütze der Liga, das ist mittlerweile Kosta bzw. Junos Mally, der tatsächlich zu Dortmund gewechselt ist, was ja eigentlich in Realität wahrscheinlich nicht mehr passieren wird. Bittenkurt ist auf einem Level mit Traoré, Bobby Wood auch, das heißt wir müssen mal wieder ein bisschen ranklotzen und das halt gegen die TSG aus Hoffenheim. In der Tabelle sind wir momentan 6 Punkte in internationalen Plätzen. Wir haben noch einige Spiele, aber trotzdem wird es auf jeden Fall nicht einfach und deswegen geben wir heute natürlich selbstverständlich alles und machen mal ein bisschen hier, ja, Rotation in gewisser Weise. Packen Elvedi rein für Dominguez, Wendt geht raus, dafür bekommt Toyhan seine Chance von Anfang an und ich will eigentlich Hahn nicht spielen lassen. Aber er ist halt in guter Form und der war halt aber zuletzt einfach so schwach. Aber naja, lassen wir ihn halt spielen und ja, starten mal rein in die Partie. Bin gespannt, wie das werden wird. Das Reihen-Derby kommt noch nicht für uns entscheiden, aber haben wir unentschieden gespielt. Letzte Chance durch Toyhan vergeben in der 90. Minute, auch wenn das halt, ja, spitzer Winkel war und keiner gut gelaufen war. Aber nichtsdestotrotz sehr schade, auf jeden Fall. Müssen wir jetzt mal schauen, wie es jetzt werden wird. Elfmeter kann ich übrigens immer noch nicht. Also wobei es geht. Also ich kann es so reinmachen. So, und damit los. Bin ich mal gespannt jetzt hier. Borussia-Park, es ist angeblich bewölkt, aber es scheint trotzdem recht sonnig zu sein, muss man ja ganz ehrlich mal sagen, gegen die Hoffenheimer. Stadion mal wieder ausverkauft, überraschend, überraschend, Choreo mal wieder am Start, überraschend, überraschend. Und die Kommentare haben wieder mal nicht Frank Buschmann und Wolf Fuss, sondern ich. Da haben wir Hazard, da haben wir André Hahn. Der muss halt wieder performen und Hazard steht anscheinend ein bisschen im Fokus. Ist auch zu Recht so, im letzten Spiel sehr blass gewesen, zumindest in der ersten Halbzeit. Zweiter hat er sich reingehauen, aber hat nichts gebracht und deswegen muss es heute mal ein bisschen anders werden. Spiel übrigens wieder mit Viererkette, wie er schon gesehen hat. Weil ich momentan ein bisschen auf Sicherheit gehen möchte, dass wir zumindest keine Gegentore kassieren, wenn wir schon keine schießen. Ich habe ja gesagt, ich bin momentan in FIFA ein bisschen besser geworden im Karrieremodus. Alle sagen ja, der Karrieremodus ist so einfach. Das finde ich jetzt noch nicht, aber ich spiele jetzt auch noch zu wenig. An sich in Ultimate-Team bin ich ein bisschen besser geworden mit dem Tore schießen, aber nicht in FIFA. Und es gibt Elfmeter im Karrieremodus. Es gibt Elfmeter, vier Minuten drin und rote Karte für Niklas Süle. Was für ein idealer Start in die Partie für uns. Sehr, sehr gut. Und dann müssen wir jetzt gleich in Elfmeter schießen, was ich halt nicht kann. Aber gut, was ist denn da passiert? Das möchte ich ganz gerne nochmal in der Wiederholung sehen. Ich weiß nämlich nicht, welches Fall er jetzt begangen hat. Anscheinend das gegen Traoré. Ja, aber das ist doch nicht rot. Warum rot? Verstehe ich nicht. Direkten Wechsel. Und Lars Stündl hat die Gelegenheit. Und macht's 1 zu 0. Sehr schön. Wir sind in Führung ganz früh in der Partie. Nachdem es die letzten Male nicht klappen wollte, sind wir diesmal am Start. Wie gesagt, ich verstehe noch nicht so ganz, warum das rot gegeben hat. Weil spitzer Winkel, Ball zurückgegeben. Andere hätten es verhindern können. Also Ball war auch schon weg. Aber gut. Von mir aus Stündl hat auf jeden Fall den Führungstreffer. Erstes Saisontor für ihn. Das wird auch langsam mal Zeit im hälften Spiel. Oder zwölften schon. Und damit können wir natürlich jetzt weitermachen. Und gehen direkt mal auf Konter. Denn das ist ja eigentlich die Spezialität von Gladbach so ein bisschen. Beziehungsweise ist es nicht schlecht, wenn wir es eingestellt haben. Einfach toll, ja. Heute gegen seinen Ex-Freihen übrigens. Genauso wie Nadja Mamiri. Aber der sitzt nur auf der Bank. Und anscheinend möchte er hoffentlich gleich antworten. Aber Kramaric wird dann auch abgeblockt. Ist ja glaube ich auch eigentlich Linksfuß. Weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Hab irgendwie sowas im Hirn gerade. Und Sommer geht nicht hin. Gott sei Dank geht er rüber. Aber ich verstehe teilweise nicht, was mit dir an Sommer los ist. Es war ja letzte Episode auch hier Mediengerüchte. Sommer ist nicht zufrieden. Sommer will weg. Aber deswegen muss er ja nicht scheiße spielen. Er hält einige kranke Dinge. Aber das gerade weißt du, was er geht nicht zum Ball. Wieder Trauré über außen. Gerade hat er den Elfmeter provoziert. Und diesmal Stindl 2-0. Er provoziert das 2-0 Lars Stindl. Uiuiuiui. Was ist denn hier plötzlich los? Salutiert vor den Fans. Und das war richtig gut gemacht. Der Trickpass von Trauré in den Rückraum. Und dann steht ganz, ganz schnell 2-0 durch Lars Stindl. Schön mit dem Berberspin. Und dann der Trickpass hier. Zack. Und Stindl mit voller Wucht. Zack. Zack in die lange Ecke. Äh, die kurze Ecke. Ja, würde ich sagen. Zweite Saisontor. Jetzt läuft's doch. Und so muss es jetzt genau weitergehen. Unser Capitano geht voran. Und bringt uns hier wieder auf die Gewinnerstraße. Das wird auch langsam mal Zeit. Weil wie gesagt, wir brauchen die drei Punkte heute. Und so sind wir auf jeden Fall jetzt schon mal nah dran. Und das nach gerade mal zwölf gespielten Minuten. Tabelle oben sind wir immer noch nicht. Haben wir eine Blitztabelle eingeblendet. Das ist auch ganz cool eigentlich. Gab's vorher, glaube ich, auch nicht. Hazard. Tojan, Stindl, Hahn. Und der Ball auf Traore. Traore, Traore. Wenn er den auf links gehabt hätte. Glaube ich, das wäre das 3 zu 0 gewesen. So hält Baumann den. Hazard mit der Ecke. Auf Johnson. Ah. Wollte ihn nochmal in die Mitte bringen. Jetzt Tojan. Und Traore. Oh, ein Ballverlust. Und der könnte teuer werden. Weil jetzt haben sie Platz, die Hoffenheimer. Da wollte ich alleine gehen und dann Longshot versuchen. Aber Gott sei Dank sind wir mittlerweile schon wieder da. Weil er hoffentlich schnell genug gemacht hat. Lukas Rupp. Oh, schön dazwischen von Kramer. Mittlerweile gefällt er mir ein bisschen besser, der Christoph Kramer. Aber an sich, normalerweise habe ich ja Thielemanns Unterhüt auf der Position eingeplant. Nur ist Thielemanns momentan noch nicht so ganz drin im Game. Sommer schon wieder. Also wenn er rausgeht, muss er ihn haben. Ich weiß nicht, was da los ist. Normalerweise kennt man das nicht von ihm. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Vielleicht möchte er auch einfach im Recht Mittelfeld spielen. Wer weiß das schon. Oh, schön von Hazard. Und auf der anderen Seite ist wieder mal Traoré. Wartet auf den Ball. Jetzt hätte Johnson einfach mal hinterlaufen müssen. So haben wir nur den Einwurf. Da hat Johnson mal kurz die Spielintelligenz gefehlt. Diesmal macht er es gut. Legten sich auf links. Hätte auch mit rechts versuchen können, aber... Hatte ich jetzt nicht den Mut zu gerade. Johnson, der Spieler, der in unseren Thumbnails immer so unglaublich fröhlich aussieht. Wenn mir das noch nicht aufgefallen ist. So. Mittlerweile ist Hoffenheim ein bisschen besser drin. Ein bisschen sicherer, aber... Trotzdem sieht das bisher oder gefällt mir bisher noch sehr gut, was wir hier spielen. Oh, schön. Gretchen mit Ballbesitz. Also nicht mit Ballbesitz, aber auf jeden Fall Ball gespielt. Davon Kramer noch mal ein Zeichen gesetzt. Und direkt die Balleroberung. Sehr geil. Und jetzt muss er natürlich Hahn am besten sprinten. Hat aber keinen guten Laufweg. Deswegen schicken wir Mo Dahoud. Mo Dahoud 3-0. So schnell kann es gehen. Die Kontermaschinerie ist da. Der Partybus ist abgefahren. 3-0. Wir sind in der 35. Und unser Eigengewächs trifft. Sehr, sehr geil. Warum feiert nur Kramer mit ihm? Wahrscheinlich, weil die beiden das Tor erzwungen haben. Ja, Hahn ist nicht gut gelaufen. Dann gibt es halt Dahoud. Und ich hätte querlegen können auf Stimtel für den Heldtrick. Aber das machen wir alleine. Das sieht sehr gut aus. Dahoud, glaube ich, auch sein erstes Saisontor. Das Tor sehen wir jetzt gleich. Nicht schon das Zweite. Aber auch sehr, sehr schön auf jeden Fall. 3-0 Halbzeitführung. Das ist ja schon mal ein Traum. Unsere Fans werden hier gerade so ein bisschen entschädigt. Für die letzten sehr, sehr anstrengenden Wochen. Die sie leider Gottes mit uns hatten. Einfach aufgrund dessen, weil wir keine guten Spiele abgeliefert haben. So, und dementsprechend wird die Vierer-Kette in den nächsten Wochen erstmal Bestand haben. Weil Never Change O-Winning System. Also Team sowieso nicht. Aber System auch nicht. Oh, da wäre der Pass gekommen raus auf Trauré. Da hätte es wahrscheinlich wieder geklingelt. Oh, 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 oh Ist aber gar kein Problem Hahn gewinnt das Kopfball Leider Gottes nicht Ja mit 4-0 in der Halbzeit zu gehen Wäre natürlich auch richtig geil gewesen Aber mit dem 3-0 können glaube ich Unsere Fans und wir auch sehr gut leben Müssen wir nur in der zweiten Halbzeit halt fortsetzen im Idealfall Aber noch ist ja nicht vorbei Noch wurde ja nicht abgefüttelt So nochmal Dahoud Mit den Übersteigern Klasse gemacht Und jetzt zurück auf Andre Hahn Ei 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 Nochmal Hahn Oh Gott Der darf einfach nicht treffen gerade Gegen Hannover noch dreifach Und hier und die Unterkante der Latte Und dann der Nasch ist auch abgefälscht Traoré mit der Ecke Und da ist Johnson Johnson nochmal Latte Weih auf Weih Was ist denn hier los Fußballfest in Radbach Wir führen 3-0 zur Halbzeit gegen Hoffenheim Und das Hochverdient auch in der Höhe Definitiv angemessen Stindl Doppelpuck Motorhut mit einem Treffer Der Capitano ging voran Und der Youngster zieht nach Sehr sehr schön auf jeden Fall Gucken wir nochmal genau nach Was das hier in der Spielinfo so sagt Ja sieht gut aus Und warum flackert das da Im Hintergrund Ich hoffe dass es gegen Rassismus Dass das einfach nur ein Pixelfehler ist Und dass nicht wieder die ganze Aufnahme versaut ist Das wäre gerade bei diesem Stand Unfassbar bitter So zweite Halbzeit Und wieder Stindl auf dem Vormarsch Gegen Dem hierbei Ja war ein bisschen optimistisch Oh was ein Tackling Von mir war das von Christensen Sehr gut gewesen auf jeden Fall So und jetzt Hazard dazwischen Schön Ich hab gesagt der muss ein bisschen performen Und der ist auf jeden Fall nochmal ein Stückchen auffälliger Selbst wenn natürlich vieles über die Seite von Traoré geht Ja wieder Hahn nicht rechtzeitig losgelaufen Im Gegensatz zu Traoré In die Mitte gezogen Traoré Oh wieder Latte Das dritte Mal Innerhalb kürzester Zeit Wenn man die erste Halbzeit mal mitzählt Toljan gewinnt das Kopfballduell Hahn legt nochmal ab Und da ist der Hut Wei oh wei Ich weiß nicht was da gerade los ist Mit der Latte Beziehungsweise allgemein mit unserer Offensive Plötzlich läuft es richtig Stindl auf Andre Hahn Oh der hat Platz Der kommt da durch Ah und dann wird er abgedrängt Noch von die Czakcic 55 Minuten durch Fast schon das 4 zu 0 Und wieder Traoré Ibrahima Traoré Ah schade Robbenstyle Wir wollen natürlich ihm auch sein siebtes Saisontor schenken Bisher hat er zwei Vorlagen gemacht in der Partie Aber trotzdem Zehn Schüsse bisher Die Fans erleben richtig Spaß Kramer Kopfballduell gewonnen Natürlich Stindl Ja wieder der Übersteiger Und wieder hat Da hat Traoré Draußen einfach sowas von viel Platz Das ist ein Fußballfest für den Wieder in die Mitte gezogen Macht das alleine diesmal Macht er das Tor Nein da ist Fabian Johnson Und Baumann ist da Weih oh weih Wir wechseln einmal durch Und verwechseln wir Andre Hahn aus Der mir wieder heute nicht gefällt Und bringen wieder Maxi Philipp dafür rein Und Juri Thielemans bekommt mal seinen Einsatz Und zwar für Hazard Frage ist nur Was machen wir bei der linken Seite Äh ja komm Lassen wir Thielemans einfach auf links Kommt da schon bestimmt irgendwie mit klar Wobei wir können auch Schreibt die sinnvollere Variante Philipp auf links stellen Und Thielemans auf die Zehn So und Stindl in den Sturm Hat er schon zwei Buden Vielleicht macht er ja noch seinen Hattrick Traoré Johnson kommt da angestürmt Traoré bekommt den Ball nochmal wieder Nochmal die Flanke Zweiter Pfosten Ganz ganz frei Philipp den muss er machen Den muss er halt wirklich aufs Tor zumindest bringen Also das Ding war ja quasi schon ein geschenktes Tor Da hat Baumann auch nicht gerade gut ausgesehen Eieiei Weiß halt auch nicht wie gut Philipp im Kopfballspiel theoretisch ist Von den Werten her Spielt jetzt aber Thielemans frei Die beiden eingewechselten Nächster Elfmeter Ermin Bicakczyk war es glaube ich Diesmal mit dem Fehler Und das wäre tatsächlich eine rote Karte Wenn man es so sehen möchte Und es gibt auch rot Die zweite für den Verteidiger von Offenheim Die halt hier total auseinandergespielt werden So und es gibt Elfmeter Und das ist halt eine Aufgabe für Stindl Aber Thielemans hat die besseren Werte Egal wir machen es trotzdem mit dem Capitano Weil Thielemans ja der gefaulte war Lars Stindl Hattrick 3 zu 0 Er hat nicht getroffen bisher in der Saison Und jetzt macht er drei Buden in diesem Spiel Einfach nur herrlich Richtig richtig gut Baumann wieder verladen Zum vierten Mal Klingelt gegen ihn Und wir haben doppelte Überzahl Freunde Also normalerweise ist das jetzt ein absolutes Herspielen Und vor allem wir kennen FIFA Die spielen jetzt nicht auf defensiv Die gehen jetzt noch weiter nach vorne Weil sie 4 zu 0 zurück liegen Und das müssen wir jetzt halt einfach ausnutzen Und wir müssen die jetzt richtig wegschlachten Es hätte der höchste Bundesligasieg definitiv werden können Beziehungsweise kann es ja immer noch Stindl Warum läuft Thielemans da nicht Dahoud Ja habe ich die Chance verschenkt Aber Dahoud holten sich wieder Ein Kramer Johnson Johnson Ah schieße ich nicht Ich glaube ich auch einen Ex-Hoffen habe Wenn ich mich recht erinnere Stindl mit der Flanke Thielemans Thielemans Der höchste Sieg der Gladbacher war So Stindl geht jetzt mal raus Hat sie seinen Feierabend auch verdient Ne Amiri kommt rein So er geht auf links Und Philipp dafür dann in den Sturm Ich weiß gar nicht was der höchste Sieg war Ich meine das war das 12 zu 0 Also das wird es nicht Aber Unser Matchwinner hat auch auf jeden Fall Verplatzt Hat die Augen zu Und freut sich seines Lebens Sehr schön Drei Buden gemacht Zwar zwei per Elfmeter Aber das macht ja auch nichts Und Juri Thielemans Wieder Thielemans Philipp Okay Philipp darf anscheinend nicht treffen Haben wir ja gerade schon mal Kopfball gesehen Aber es geht jetzt gerade wirklich nur noch um die Höhe Es geht nicht mehr um irgendwas Aber wir schrauben natürlich jetzt auch keinen Gang zurück Weil wir wollen den Fans das zurückgeben Was die uns jetzt die Saison bisher noch nicht Machen Haben sehen Nadiam Amiri gegen seinen Ex-Verein Eieiei Okay Jetzt ist es natürlich auch gerade ein bisschen Tontaubenschießen auf Baumann Der jetzt aber sich gerade auszeichnen kann Und alles mögliche hält Elwedi Ja Kopfball knapp daneben Der hat natürlich heute gar nichts zu tun gehabt Aber auch Spricht auch für unser Mittelfeld Beziehungsweise viel und Christen sind gewisserweise auch Ist ja nicht so dass die gar keine Ballkontakte hatten So jetzt kommt Hopp noch mal nach vorne Oh Sölf Christen sind vorbei Dahoud Und Maxi Philipp darf nicht heute Wie gesagt Aber noch ist das Spiel ja nicht vorbei Also ein Fünftes sollten wir auf jeden Fall noch machen Da bin ich sehr für Vielleicht der mit Nadiam Amiri Ah da abgeblockt Plötzlich 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 können sie verteidigen Und verteidigen auch mit Mann und Maus Damit sie bloß nicht das Fünfte bekommen Thielemanns Och Mensch Jetzt ist er drin Und dann so ein Slapstick-Tor Juri Thielemanns Mit dem 5 zu 0 War sehr schön gespielt Leider Gottes wieder im Abschluss verkackt Hier schön mit dem Doppelpass im 16er nochmal Und dann Baumann Und dann versuchen sie zu klären Und Thielemanns wird angeschossen Und macht sein Ich glaube die erste Saison Erstes Bundesliga-Tor überhaupt Sehr schön 5 zu 0 Das dürfte auf jeden Fall der höchste Sieg der Saison bisher gewesen sein Da müssen wir gleich nochmal nachgucken In den Statuten Zum Beispiel in den Statistiken Und noch ist immer nicht vorbei Eigentlich verdient Traorin auch sein Tor Das war ein schwacher Pass von Dahoud Was aber alles nichts macht Weil das Spiel gleich vorbei ist Und weil wir 5 zu 0 führen Und weil wir nochmal den Ball erobern Und Philipp wie gesagt Philipp darf sein Tor nicht schießen Eigentlich echt schade für ihn Und jetzt ist abgewiffen 5 zu 0 Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim Wir schießen uns ein bisschen aus der Krise Mit 5 Buden zu Hause Machen wir unsere Fans natürlich auch sehr glücklich Und Matchwinner ist definitiv unser Triplepacker Lars Stindl Baumann hat eine gute Partie geliefert Seine Hintermannschaft hingegen nicht Und dementsprechend geht dieser Sieg in der Höhe auch in Ordnung Da sehen wir den dreifachen Torschützen Der sich den Ball da sichert Und ihn feiert Und das vollkommen zu Recht Sehr sehr schön auf jeden Fall Und ich würde sagen Gehen wir mal zurück in die Einsatzzentrale Vom Commander 20 Schüsse 14 Hubs Normalerweise müssen da mehr Tore bei rumkommen Wer haben wir gesehen Philipp hat schon sehr viel Abschlusspech Amiri auch So und dann gucken wir mal nach Höchster Bundesligasieg War es der Höchste Bundesligasieg in dieser Saison Ich weiß es nicht Aber wir werden es gleich auf jeden Fall erfahren So erstmal haben wir eine Nachricht hier Fabian Johnson dankt Und Tauzin um Sommer Warum Tauzin um Sommer Lesen wir mal den Artikel kurz Benfica und Dortmund Wollen wir anscheinend beide haben Aha Ja gut Dann sollten wir mal gleich einen Scoutauftrag erstellen Machen wir sowieso Weil ich angekündigt habe für einen Stürmer und für einen Torwart So B bei Philipp Abschluss Ja das ist gut dass das steigt Das haben wir gerade nochmal gesehen So und dann machen wir mal die beiden Scoutaufträge Und gucken danach mal eben Wie das denn da aussieht Mit dem höchsten Bundesligasieg Ob wir den diese Saison zumindest schon mal haben Was brauchen wir Wir brauchen auf jeden Fall Einen angriffsorientierten Stammspielerqualität Temporeich ist gar nicht so wichtig Aber wir brauchen auf jeden Fall Wir brauchen einen mit Abschlussqualität Gar keine Frage Und am besten noch ein bisschen jünger Darauf achten wir ja Wir haben ja ein bisschen Geld Glaube ich zumindest So und da brauchen wir Groß- und Stammspielerqualität Und das Alter ist mir da ehrlich gesagt auch egal Könnt ihr ja vielleicht auch meine Kommentare schreiben Bis zur Transferphase ist ja noch ein bisschen Haut auf jeden Fall meine Kommentare Wenn ihr da irgendwelche Ideen Beziehungsweise Wünsche habt Wen wir holen sollen als Tor Beziehungsweise als Stürmer Könnt ihr natürlich mit einfließen lassen So und jetzt gucken wir mal Begegnung So Ich sehe 3-0 Ich sehe ein 4-0 von Mainz Ich sehe ein 5-0 von Gladbach Das ist der November gewesen Hier sehe ich 3-1 als höchsten Sieger Habe ich da gerade nur 5 gesehen Eigentlich getäuscht Das haben wir hier 3-0 4-0 von Bayern 4-0 von uns Gegen Ingolstadt Ach ja Die Geschichte Und ein 5-0 von Dortmund Gegen Mainz Schade Aber trotzdem Höchster Bundesliga-Sieg Ist aber schön Ist für ein Titel Fällt mir gerade ein Kann man ja auch benutzen Sehr sehr gut Und darauf wollen wir In der nächsten Episode Natürlich dann aufbauen Und müssen mal gucken Was wir dabei so rumbekommen Wir sind dann im Dezember bereits Und wir spielen gegen den BVB Oi 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 Und danach geht es im Pokal Gegen Leverkusen Dann gegen Augsburg Und dann gegen Wolfsburg Und dann ist diese Woche Hier auch schon wieder vorbei Aber das wird auf jeden Fall interessant Ich bin gespannt Wie euch diese heute gefallen hat Wenn ja Wie euch diese gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben Wenn es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall Einen Daumen nach oben Da bin ich sehr sehr dankbar Für auf jeden Fall Wir sehen mal noch mal Bis zum Spieltag Damit wir die nächste Episode Gleich wieder rein starten können Checkt die Links in der Beschreibung Auf jeden Fall aus Würde ich mich drüber freuen Wir gucken uns einmal kurz an Was hier so geht Ja nicht viel Genau Und ja Ich wünsche euch an der Stelle Auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag Genießt das schöne Wetter Wenn auch schönes Wetter ist Heute ist schönes Wetter Ob es morgen auch ist Weiß ich natürlich nicht Aber ja Wie auch immer Wir sehen uns dann wieder Bis dann Macht's gut Haut rein Jetzt müssen wir noch eine Nachricht lesen Ist aber nur ein Spiel Das ist auskuriert Was schön ist Und ciao